Ich weiß gar nicht mehr wie es geht Wir sind sofort reingekommen Ganz easy Ihr könnt gleich Dingsgebäude bauen Und Dingsen Ach, ja Schweinefarm Genau Mit Angry Birds und so Kriegsmodus? Ich dachte das ist eine Wirtschaftssimulation Hä? Oh Gott, was ist da ein Unterschied? Wieso rumpelt das bei mir? Oh, ist die Grafik so kacke? Ja, weil du die Standardaktion wahrscheinlich gehst Achso, ja wir warten Nein, ja toll! Sieht da so kacke aus Nachschubdepot Verwaltungsgebäude Oh, die haben nichts ge... Oh, wie uncool Ach, kann ich ja auch Scheiße, äh, wo wir bauen? Die Verwaltungsgebäude... Wie baue ich da die Rohstoffe ab? Auf diese gelben Kästchen Verwaltungs... Verwaltungsgebäude? Nee, Nachschublager Unterhauptquartier brauchst du nicht bauen Das ist ein zweites Hauptquartier Nachschubdepot und dann auf diese gelben draufklicken Achso Das wird jetzt beim ersten Mal wieder total kratzen Jo Meine Grafik ist so kacke, muss ich mal umstellen Kannst du auch ingame, oder nicht? Ja, aber ich habe ja keine Zeit, überrollt mich nicht Ich überroll dich gleich Angriff! Infantry Wie, Nachschublinie Okay Grafik, ja Ja Alter, wie da schon die Einheiten kommen, ne? Übernehmen Normal, ne? Ah, sieht schon besser aus Nur nichts, was? Gebäude ist noch abgeschlossen Der Bein der kleinen Angriffen in diesem Sektor ein Einheiten nach Hör, die Listen gab's ja auch noch Gab's ja noch Ich weiß nicht, was du meinst Ich weiß nicht, was du meinst Dekodierung? Da kommt schon, tausend Einheiten! Der Bein der Errichtung abgeschlossen Der Bein der Errichtung abgeschlossen Oli, da kommen schon Japsen! Ich seh das Ohne Ende Warte, warte, komm gleich Ich probier was zu halten Es klappt wahrscheinlich nicht Das sind nämlich Fahrzeuge, die da kommen Jo Jawohl Schein, äh Scheinangriff Sicher? I hope so Alter, die überrennen uns jetzt schon Ach stimmt, die muss man ja auch noch bauen Die scheiß SP-Fahrzeuge Ah, kacke, ey Was denn hier? Wie lange denn diese Einheiten sind, ne? Wie schnell die Einheiten hier bauen, ist er unglaublich Was ist denn dieses Dings da? Das brauche ich gar nicht, ne? Fuck Klagebericht Unsere Einheiten stehen unter Beschuss Geheimdienstbericht Falschaler Forschung abgeschlossen Meldung, Einheiten fliegen Verluste gemeldet Diologische Entführung Sektor und Start Ach, Upird Geheimdienstbericht A-H-Und-Dienstbericht 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 B-Und-Dienstbericht B-Und-Dienstbericht Be-Dienstbericht Einheitenerstellung läuft Ach, kommt schon Zubis 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 Die Einheiten sind still Da kommt irgend hier Da, der da hier Guck mal, der, dieser komische Normaltyp Wie, der baut da schon irgendwas, ein Unterhauptquartier hin. Ja. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Kann ich da nicht irgendwas geben? Ich sag doch, Mittel-KI ist zu schwierig jetzt in unserem Spalt. Ja, das geht noch. Hm. Überfallangriff. Ist schon in der Stadt? Wir sind die Wahl, hallo? Hä? Hab ich die noch gar nicht gebaut, verdammt. Bin überfordert! Ich auch, total. Ich muss erst hier reinfucken, diese Scheiße. Wie, wie baut das denn nicht, ey? Alter, wie er hier schon rumgurkt, hier. Ach ja, Scheiße. Lagerrecht, neue feindliche Nachschubliebe geortet. Lagerrecht, unsere Einheiten stehen unter Begriff. Ah ja, ach, Unterhauptquartiere waren ja dafür gedacht. Neue Richtung abgeschlossen. Einheit unter Beschuss. Psychologische Kriegsführung für diesen Sektor aufgehoben. Verfahren wir den Blitzangriff in diesem Sektor ein. Neuer Beziehung, Feuer auf Einrat bei Volk in den Sektor nahm. Was kosten so einer? Was kommt denn da auf uns zu? Keine Ahnung, irgendein Japsen-Scheiß. Das ist ja nicht Manni, ne? Ja, mittlere Panzer kommen, ne? Oh Gott. Jetzt hab ich grad... Viel stürzt grad ab. Echt? Wie viele waren wir zu viel Infos? Ne, ich hab hier irgendein komisches... Bildbunt leuchten. Ah, jetzt geht's wieder. Muss nur kurz rausztappen. Keine Ahnung, was es ist. Scheiße, Alter. What the fuck? So'n Stress hier auch gleich macht am Anfang, ne? Ist das ein richtiger oder ist das ein Holz? Ne, ist ein richtiger. Scheiße. Alter, mein Panzer ist total schwach gegen eure Panzer. Ja. Ja, meine sind auch schon geupgraded, die da gerade vorne, die dreier... Wie hast du die geupgraded? Hast du das auch... Du hast daneben, hast du sowas zum Upbrennen, ja. Ach so, ja, sicher. Kann ich mir nicht leisten. Ach, das kann ich überhaupt noch nicht leisten. Was? Was kostet... Was? Was los hier? Okay, ah, genau. Alter, geh mir doch nicht auf den Sack da unten. Alter! Eine unserer Einheiten wurde verdichtet. Gewürzeln hohen Enemies-Nüterans. Er machten jetzt sechs Angriffe in diesem Sektor ein. Hüt! 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 Einheit meldet Verluste! Eine unserer Einheiten ist verdichtet. Warte! Warte! Was ist denn der Scheiß? Meldung! Licht wurde ausgedreht! Alter, der hat irgendwas Arty-mäßiges. Der Penis. Alles klar, Oli? Ja, so ungefähr. Und dass ich nur Computer habe. Was heißt nur? Gibt's eine Einheit? Ne, Einheiten damit darfst du ja nicht. Jawohl, Mann, Akklaas, wiederholen! Akklaas! Oh, können die das nicht? What the fuck? What? Da fliegt schon irgendwas. So ne Scheiße. Da fliegt irgendwas hier rum. Ja, ich seh das. Was fliegt da rum? Einer ist wahrscheinlich Aufklärer. An Aircraft. Neue Einheit erstellen. Boah! Fächt'n auch so. What the? Einheit meldet Verluste! Ja, ich bin der. Jawohl, Mann, Akklaas, wiederholen! Akklaas! Und in der Tatnäste wird es vorher schon weiterverwendet. Jürürür, Jürür, Jürür, Jürür! Nahrung ist jetzt anhand. Jürür, 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 Jürür! Jürür, 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 Jürür! Kontrolldepotition, Ruhr! Männach! Hatten wir noch den Kampfgegen hier zu erheben! Barschung Wir haben nicht genug Nachschub. Bein sicher Einheit verpflichtet. Lagerwege. Feindkontakt. Akiyo. Alter, gegen so einen so Typ oder was? Was soll der Scheiß? Meldung, Nachschub-Depot ist fast leer. Einheit unter Beschuss. Einheit eröffnet Feuer auf den Fein. Meldung, Nachschub-Depot ist fast leer. Pokémon, das Blablabla sind auch geil, ne? Ja, total Hammer. Alter! Einheit unter Beschuss. Unsere Einheit wurde ausgradiert. Ingegleichheit in hainります. Mh. Die Einheit geht unter schweren Beschuss. Lühnlöwung, nachschub-Depot ist fast leer. Verluste gemeldet. Kunde, die Beobachtung, nach rechts. Beobachtung, nachschub-Depot ist fast leer. Nachschub-Depot ist fast leer. Lagerwege. Kunde, unsere Einheit steht unter Beschuss. Geheimdienstbericht. Feind hat ein Hoffnung-Projekt abgeschlossen. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Neuer Befehl. Ein neuen Team umgegeben. Einheit unter Beschuss. Die Fall haben wir mit der Ferse runtergekommen. WTF? WTF? Verlustige Mädels. Nichts nicht mehr. Bedingung, ohne das Quere, zu verholt. Zeit, entzündet sich, hinauf! Geheimdienstbericht. Schöne Fertige. Verlustige Mädels. Verlustige Mädels. Um, um, um. Ein Mensch und Macher. Geheimdienstbericht. Wer sind eine Fertig. Er war, um, um. Er wurde Angst. Geheimdienstbericht. Wer sind, um, um. Waren. Er war, um, um. Ich bin, um, Um. Die Einheit steht unter Schweren betont, die Team sich zurück, hier ausfabriert. Vergesst immer zu bauen. Ich auch. Alter, Lagebericht, halt die Knöpfe, ey. What the fuck? Wie was? Warum fliegt die denn? Was? Ja, deswegen sollte hallo... Kostet, es kostet! Alter, wollte ich mich verarschen. Lagebericht, bald für die Einheit verdient ist. Meldung, Nachflugdeco erklärt. Hilfe, ihr seid, zu beantworten. Unsere Tarnnetze werden Feuerstieg weiterverwendet. Annierspasta. Jawohl, Tarnungsnetz aktiv. Arnungsnetz wird aufgebaut. Lagebericht, feindliche Einheiten verdient. Der Feind hat einige unserer Gebäude eingenommen. Lagebericht, eine unserer Nachfluglinien wurde abgeschnitten. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Einheitenerstellung läuft. Lagebericht, neuer Feindstützpunkt geholfen. Gott, gib mir das Spiel schon auf den Sack. Das ist total anstrengend für euch, das wisst ihr glaubt, äh, das glaubt ihr gar nicht, ey. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Oh fuck! Was? Warum? Warum? Einheit, melde Verruste! Einheit, schaffst du die Lose! Gehen! Inhalte! Einheit, schaffst du die Lose! Wer auch nicht mehr, kann ich nicht mehr. Lass es in den Lose? Die Machtliche Einheiten wurde verdient. Einheit, schaffst du die Lose! Nachflugdeco ist leer, ihr Hausquartier. Neue Einheit öffnen! Einheit, schaffst du das, schaffst du die Lose! Einheit, melde Verruste! Mit, bei, was? Boah ist der teuer! Tp, hat Dumbi-Wandanded! Daher muss ich für die Kussreihe! Strafstreck 1, Dumbi-Hop! Psychologische Kriegsführung für diesen Sektor aufgehoben! Lagerrecht! Tp, hat Dumbi-Wandanded! Und drei Einheiten stehen unter Beschuss! Die und ihre Kürmer sind davor! Tp, Dumbi-Wandanded! Was ist sogar ein TIE Fighter bei dir durchgeflogen? Was? Hat sich schon angehört! Die Kürmer sind abgeschossen! Na logisch! Alter, wie viele Pillboxes der gebaut hat daher! Was für ein Penis! Habt sich auch lebt! Jawohl! An alle Einheiten im Sektor! Blitzabgriff steht zur Verfügung! Das können wir uns nicht leisten! Das können wir uns nicht leisten! Sehr gut! Auf der Scheiße! Auf jeden Fall sehr anstrengend gegen euch, ne? Was? Ich weiß doch gar nicht was ich hier tue! Bro! Alter, was macht der da? Das ist doch so anstrengend gerade, ey! Woah! Einheit meldet Verröse! Der Feind hat ein Nachflug, wie ihr verdichtet! Der Feind hat unsere Gebäude überdommen! Alle Tastungen aufgeholt! Meldung! Einheit steht unter der Einheit, sind beschutzt! Ach, da oben hat er die Scheiß Base gebaut! Oh, was für ein Assi! Lagerbrecht! Unsere Einheiten stehen unter Beschutzt! Neues, großes Überzeugungsfeld! Einer unserer Einheiten ist vernichtet! Geile Sache das! Was? Lagerbrecht! Unsere Einheiten stehen unter Beschutzt! Opa! Raucher Pause! Hm! Gn, Arno wie er äh! Wow! Einheit unter Beschuss. Lagerwärtschiff. Einheit unter Einheiten, wo es herrscht ist. Einheitenerklärung läuft. Wir haben nicht genug Nachschut. Verrückt uns heraus. Verrückt uns heraus. Jawohl. Talos-Netz aktiv. Neuer Befehl. Eure Einheiten bei Folgen. Verrückt uns heraus. Wo ist denn hier endlich die dicke Fährte? Das ist ein Witzangriff. Oh, ja. Der Feind hat gerade die Hervorrufe abgeschraubt. Eine neue Liste ist verfügbar. Lagerwärtschiff. 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 ler hinter Weich. сосkt derold멘te G�ier. Lagerwärtschiff. » Oh mein Gott. Jetzt wird's eng bei mir. Oh kack. Komme. Da rechts auf der Insel, weißt du? Komme! Kann man irgendwie zerstören ein Gebäude, ne? Ne. Scheiße. Warum nicht? Gekommen Ressourcen noch, ne? Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Was? Warum kostet was? Oh Scheiße. Einheit unter Beschuss. Einer unserer Einheiten ist vernichtet. Scheiße. Die Millionen sind unterwegs. Negativ. Kein Nachschub mehr. Direkt hoch nach die Ausbildung. Die Module sind größer. Einer zeigt experiencia nach der Zum Noche. Ma 4 nämlich heißt also hier. Was ist das? Oh Mann, oh Mann. Oh, nicht Friene schließen? Okay. Nein, Eure muss von links da reinrücken in deine Flanke. Boah, das ist eine Sache, die Daten ausgebildet hat, ne? Und da ist es zurückgehoben. Heute war so scheiße für mich. Ich muss nur probieren zu halten. Jawohl, Tarnungsnetz aktiv. Gebäude der Richtung abgeschlossen. Jutsch, wir wurden tot. Jawohl, man darf nicht wiederholen, abgreifen. Lagerbericht, unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Meldung, Einheiten stehen unter Anhaltsen im Beschuss. Jawohl. Warte, du hast die ganze Zeit deine Base, oder wie ist das? Ne, das ist meine zweite. Soll ich grad schon sagen, ey. Ich hab die ein bisschen aufgeteilt. Oh oh. Was, wo hab ich denn eigentlich... Äh... Wo sind meine Flugzeuge? Ah. Ich hab mich doch am Arsch. 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 Die Einheiten stehen unter schwerem Beschuss. Schichtangriff in den Tektor begonnen, Feindkontakt. Feuer frei auf angeordnetem Ziel. Schau nicht mehr gleich. Lager von der Einheit steht unter Beschuss. Kein Nachschub mehr im Depot. Der Feind hat einen neuen Spitzpunkt errichtet. Der Feind hat einen neuen Spitzpunkt errichtet. Der Feind hat einen neuen Spitzpunkt errichtet. Oh oh, was kommt da? Das ist ja nicht. Baumfahrzeug, wo unterwegs vernichtet. Die Rekrutierung läuft. Funkstille jetzt aktiv. Die Einheit steht unter Beschuss. Kein sich zurück. Einheit muss die Stellung aufgehen. Mission geschaltert. Lagerbrecht. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. UFO-Position. Die Stimmung einrücken. Die Stimmung einrücken. Ihr Hauptquartier. Neue Einheit eröffnet. Neue Einheit eröffnet. Neue Einheit eröffnet. Keine Blitzankriffe mehr möglich. Jawohl. 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 Die Einheit eröffnet. Jawohl. Jawohl. Die Einheit eröffnet. Die Stimmung. Jetzt die Kanzlerin. Die Stimmung. Meldung. Das Nachschlussgebot ist leergefegt. Neue Einheit eröffnet. Die Grote von Schueren fest. What the f**k? Chaosnetz wird aufgebaut! Gebäude ist schon abgeflossen! Jawohl, Chaosnetz aktiv! Oh Gott! Sehr geil! Ist grad so schön ruhig ne? Ja, gepasst ey! Gebäudeerrichtung abgeschlossen! Meldung, Nachschubtippo ist leer! Daher liegt Meldung, einen neuen Feinstellpunkt! Ah, äh... Befehl Kampf ist auf den letzten Markt aufgehoben! Ach, scheiße! Neuer Befehl an 90 Uhr begegst! Die Funkstelle ist aufgeoven! Ja... Was ist denn nur Scheineinheiten hier hinten rumfliegen? Deine Einheiten stehen unter Beschuss! Deine Mutter, Alter! What the fuck? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Furchtung abgedrottet! Iiiiih, hier kommen irgendwelche Scheinobjekte! Dauernd! Iiiiih, Scheinobjekte! Pfui! Pfui, Pfui, Pfui! So, jetzt krieg ich Probleme! Ja! Jawohl! Macht abgas! Wiederhole! Abgas! Einheit, wenn es falsch kontakt ist! Ein Tempo zu Kilo! Neuer Befehl! Sie ist verstört! Gebäude, er ist doch abgeschlafen! Du kannst deine Panzer sonst so weit abziehen da, die grünen... Ja... ...ja... ...das ausgegebenen Proordinaten in Position gehen! Hm... Neuer List ist jetzt verbündet! Das... ...das können wir... Die Punktstelle ist aufgehoben! Einheitenerstellung läuft! Jawohl! Unser Spion ist unterwegs! Karmung ist jetzt aktiv! Ähm... ...ja... 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 ...陈... ...juck... ...fache... ... morgenatombombe! Kommt gleich! Lufttransporter, oh, leck mich doch am Arsch Lufttransporter, oh, leck mich doch, leck mich doch, leck mich doch Lufttransporter, oh, leck mich doch, leck mich doch, leck mich doch, leck mich doch, oh, schade Oh, das Gebäude wurde zurückgehobert, oh, scheiß Was, warum wackelt das Bild hier? Hat man mir auch kalt zu sein Oh, scheiße, da warum Ich greife eine neue Runde What the fuck Neuer Befehl, Sie zerstören! Neuer Befehl, holen Sie auf die Höhe! An alle Einheiten, Funkstiller einhalten! Speichliche Einheiten wurden verdient. Flugzeug her zur Wartung zur Rückzugstiftung! Jawohl, Hauptquartier besiegt Propaganda für diesen Sektor! Fakt hat einen neuen Stützpunkt errichtet! Alle Tarnungen aufgerufen! Neuer Befehl, Feuer auch wieder öffnen! Der Rüchte über Schweren und Verruste! Nach der Aufmerksamkeit der Türke! Ende! Meldung! Einheiten, die noch ganz halten, sind verschossen! Neuen Befehl erlaubt! Gebeweiler ist noch abgeschlossen! Gebeweiler ist noch abgeschlossen! Neuen Befehl, Feuer auch wieder öffnen! Lagerweg! Zeitkontakt! Neuen Befehl, Feuer auch wieder öffnen! Neuen Befehl, Feuer auch wieder öffnen! Kondition, Feuer auch wieder öffnen! Das meiste ist Schein, was da kommt, ne? Ne, bei mir nicht gerade! Aber so viel ist das doch gar nicht, du hast, guck mal was du da noch für Dings hast. Ja, aber der mich ja Arti nervt, ne? Was? So, ja, das Ziel, heute auf Einheit bei folgendem Telefonennahmen. Musik! Kein Hinterhalt, Einheit steht unter schweren Beschuss, Einheit meldet Verluste. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Im Eintempo zum Kilo, die Einheit steht unter schweren Beschuss, Verluste gemeldet. Geht ein Tempo zum Kilo. Halt! Alle Einheiten waren jetzt hochstelle. Ihr Hauptquartier, neue Einheit erstellen. Tarnungsnetz wird aufgebaut. Jawohl, Tarnungsnetz angeboten. Ich begrüße das Leben unserer Verschuldung nicht her. Ich begrüße nach die Ausbildung bald beendet. Tarnungsnetz angeboten. Wartner Blitz angeboten, mehr Moblich. U-anінseh-Vatohi-Ni-Oré. Tarnungsnetz. Jawohl, Objekte und das Ziel, auf Erwinstab. U-an, ich bin sicher. U-an, ich bin sicher. Stich, guck mal ich. Tarnungsnetz. Tarnungsnetz. Jawohl, Tarnungsnetz, Tarnungsnetz. Scheiße! Oh nö ey! Okay. Ruhstede ist jetzt wieder aufgefasst. Bautfähigkeit verlaufen. Wir haben eine neue List erhalten. Jawohl! Kamusnetz aktiv! Einheit unter Beschuss! Die aufgewiesene Position rein. Oh Gott! Oh man. Hast du gerade hingestellt, ne? Ja. Oh sie, oh sie, oh sie, oh sie, oh sie, oh sie. Oh sie. Oh sie. Oh. 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 Ja. Oh. Die Ressourcen sind nicht her. Die Stellung einrücken. Lagerbrecht und der Einheit liegt unter Besuch. Damit sind nicht mehr im Einsatz. Alle Tarnungen aufgehoben. Tarnung ist jetzt aktiv. Berichte über Frieden und Verluste. Bevor der Errichtung abgeschlossen. Der Fall setzt Linksangriffe in diesem Sektor ein. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Ihr Hauptquartier. Neue Einheit erstellen. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Verluste gemeldet. Berichte über schwere Verluste. Lagerbrecht. Unsere Einheit steht unter Beschuss. Der Fall setzt Linksangriffe in diesem Sektor ein. Eine neue Liste ist verfügbar. Lagerbrecht. Unsere Einheit steht unter Beschuss. Tarnung ist jetzt aktiv. Die Einheit steht unter Der Fall setzt links Angriffen in diesem Sektor ein. Der Fall hat eine neue Schlüsselspolke an rief. Er hat mehr in den Pärbeln. Okay. Er hat mehr in den Pärbeln. Er hat die Ohren. Was? Neuer Befehl, euer Aufstieg eröffnet. Lagerrecht, unsere Einheit steht unter Beschuss. Eine unserer Einheiten ist verliebt. Aus neuer Position vor, Männer. Angehörte des Zielsatzes, Ende. Die Feindlichen Gebäude in diesem Sektor wurden getraut. Einheit eröffnet Feuer auf den Feind. Die Einten melden einen neuen Feindschutzfonds. Neulich wurde es zu Kürzburg gestellt. Einheit unter Beschuss. Gebäude Errichtung abgeschlossen. Der Feind hatte diesen Sektor Tarnetze im Einsatz. Einheitenerstellung läuft. Jawohl, an alle Einheiten im Sektor fliegt Abgriff nicht zur Beschussung. Schieb Kante. Einheit hat kaum noch Kraft auf die Position und kehrt zurück. Die Stellung einröchner. 2-9, Achtung. Der Feind hatte diesen Sektor Tarnetze im Einsatz. ang ontwör, an alle Karenshallen. Gebäude Errichtung abgeschlossen. Einheit Mähdetastöste. Alle Tarnungen aufgeröst. Gebäude Errichtung abgeschlossen. Der Feind hat den Sektor Tarnetze im Einsatz. Gebäude Errichtung abgeschlossen. Meldung, Einheit steht und Anhalts sind verschossen. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Unsere Tarnnetze werden vorher nicht weiterverwendet. Jawohl, Tarnungsnetz aktiv. Einheit, Meldung, Verluste. Einheit, Ausrutsch. Wir können eine neue List einlösen. Tarnungsnetz wird aufgebaut. Neuer Befehl, Feueraufspiel eröffnen. Einheit unter Beschuss. Neuer Befehl, Ansonsten in Ordnung. Neuer Befehl, Ansonsten in Ordnung. Keine Bissbar-Dünne mehr für diesen Sektor verwendet. Unser Tarnnetze wird jetzt vorher nicht weiterverwendet. Nehmt ihr noch? Ja. Alle konzentriert, ne? Ja. Auf neue Position vor uns, Männer. Ich bin gar nicht. Sie. Die Position begeben und Objekte errichten. Meldung, Einheit steht und Anhalts sind verschossen. Einheit eröffnet Feuer auf den Feind. Sie kann auch. Sie ist schade. Neuer Befehl, Feueraufspiel eröffnen. Einheit Meldung, Ansonsten in Ordnung. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Einheit hat keine Munition mehr und kehrt zurück. Sie sind schade. Neuer Befehl, Feueraufspiel, Schönen begleiten. Jawohl. Einheit unter Schuss. Einheit unter Schuss. Neuer Befehl, an neuen Sieg ... Einheit unter Schuss. Wann, du bist konzentriert hier, ey. Richtig konzentriert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gebäudeerrichtung abgeschlossen Wir haben nicht genug Nachschub Einheitenerstellung läuft Einheit mit des Fallkontaktes Lagerbrecht Unsere Einheiten stehen unter Beschuss Lagerbrecht Eine unserer Einheiten wurde verbietet Wir können eine neue List einsetzen Die Rekrutierung läuft Lagerbrecht Unsere Einheiten stehen unter Beschuss Berichte über Schwingen und Verluste Gebäudeerrichtung abgeschlossen Wir setzen Ihnen einige Schall-Einheiten vor die Lage Unsere Tatnäte werden vorher nicht weiterverwendet Lagerbrecht Gebäude ist nun abgeschlossen. Das ist nützlich. Die Stärkung ist nun abgeschlossen. In all Tempo zu Kielung. Wir sind verboten. Kettrogerung läuft. Die Stärkung ist nun geschlossen. Die Stärkung ist nun abgeschlossen. Die Stärkung ist nun geschlossen. Die Stärkung ist nun geschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir haben eine neue Lippenheit! Die Einheit nimmt die Stellung auf! Die Hauptquapier! Neue Einheit und Stellung! Ich muss mal Pipi, ey! Pipi muss mal Pipi? Gibt's kein Pipi! Ich muss aber mal ganz doll... Mach doch kurz! Nein! Machst du irgendwas Böses? Immer! Jaaaa! Du machst immer was Böses! Immer! Immer! Schein-Einheit eröffnet Feuer auf den Feind! Lagerbericht! Feindliche Schein-Einheit vernichtet! Du mit deinen Scheiß-Schein-Objekten! Ich denke jedes Mal da kommt ein Angriff, ne? Das ist geil, ne? Tres Bein! Versteh die Gemäldung! Der Feind hat Puckstöne in diesem Sektor! Die Einheit steht unter schwerem Versuch! Die Gebäude ist abgeschlossen! Unsere Einheit wurde auskratiert! Die Einheit hat keine Munition mehr und kehrt zurück. Eine unserer Einheiten ist vernichtet. Gebäude, Richtung abgeschlossen. Gebäude, Richtung abgeschlossen. Unsere Tarnnetze werden vorher viel weiterverwendet. Tarnnetze sind nicht mehr im Einsatz. Jawohl, Tarnungsnetz aktiv. Zur Position begeben und Objekte erheben. Licht ist nicht mehr aktiv. Jawohl, Objekte wird am Ziel aufrecht. Lagerbericht, feindliche Scheineinheit vernichtet. Gebäude, Richtung abgeschlossen. Im Alltempos zu Kilo. Neunzünderlauch, viel zerstört. Im Alltempos zu Kilo. Gebäude, Richtung abgeschlossen. Geheimdienst melden einen neuen Feinstützpunkt. Den ausgegebenen Koordinaten in Position gehen. Umweide, die was ist nicht möglich. Der Feind hatte diesem Sektor Funkstelle verfügt. Jawohl, an alle Einheiten im Sektor. Blitzangriff steht zur Verfügung. Lagerbericht, der Alltempos steht unter Beschuss. Die Position begeben und Objekte erheben. Feind hat einen neuen Stützpunkt erheben. Jawohl, Macht angreifen, wiederhole, angreifen. Feindliche Propaganda schweigen. Einheit erheben, Feuer auf den Feind. Levin, du bleibst es auf. Gebäude, Richtung abgeschlossen. Gebäude, Richtung abgeschlossen. Gut. Der Wohntag, wiederhole, angreifen. Einheit, wenn es in Fallkontakt. Der Fahnt hatte die Sektor Funkstelle verfügt. Die Einheit wurde ausgradiert. Neue Linie ist jetzt verfügbar. Gebäude, Richtung abgeschlossen. Lagerbericht, unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Die Einheit bricht auseinander. Berichte über schweige Verluste. Mauten, die Kanten auf. Verständlich, die Meldung, Feind hält hochstehende in den Sektor. Gäude. Die Bioniere kümmern sich da hoch. Einheit unter Beschuss. Lagebericht, neuer Feindstützpunkt geordnet. Verluste, Richtungführung, Sektor gestandet. Einheit, melde Verluste. Maßnahme für Sektor Ahron. Alter! Was denn? Ich weiß nicht. Dieses Computer spinnt gerade ein bisschen. Gedanklich. Einheit, in der Stellung läuft. Gebäude, Richtung abgeschlossen. Die Arten, wenn einen neuen Fahrstuhl vor. Hochstuhl abgeschlossen. Gebäude, Richtung abgeschlossen. Wir können eine neue Liste einsetzen. Einheit, Ausdruck. Jawohl, hau, fass wir an die Pompaganda-Abteilung. Maßnahme für Sektor Ahrstab. Nachher bin ich mehr im Einsatz. Oh, die Bunker sich zu. Ja, hat mal ein bisschen mehr Ruhe, ne? Wer weiß. Jawohl, Chaos-Netz aktiv. Chaos-Netz wird aufgebaut. Der Feind hatte diesem Sektor Hochstelle verfügt. Der Garantienst meldet einen neuen Fahrstuhlpunkt. Einheit unter Bezug. Nein. Nein. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Schnittliche Meldung. Der Feind kennt Funktionen in diesem Sektor. Ihr Hausquartier. Neue Einheit öffnen. Wir haben eine neue Liste erhalten. Einheit meldet Verluste. Einheit fließt. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Schnittliche Meldung. Der Feind hält Funktionen in diesem Sektor. Feindliche Propaganda schweigt. Flugzeug kehrt zur Wartung zur Rüstungsschutzbund. Einheit hat keine Munition mehr. Flugzeug hat kaum noch Kraftstoff und dreht ab. Eine unserer Einheiten ist vernichtet. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Wir haben nicht genug Nachschub. Erっぽig geschleitet. Schnittliche Meldung. Der Feind hat Bussteller in diesem Sektor. Die Rekrutierung läuft. Vier dissolte. Die ausgewiesene Position sein. Fäupte ist festgelegt. Schnittliche Meldung. Die Kreislaufk億 in diesem Sektor verhindert. Hier haben wir geäußert. Der Feind hält Funkstille in diesem Sektor. Geheimdienst meldet. Feindliche Forschung wurde abgeschlossen. Geheimdienst meldet. Feindliche Funkstille in diesem Sektor. Wir haben eine neue Liste erhalten. Amo ist jetzt aktiv. Verschließt sich die Meldung. Feind hält Funkstille in diesem Sektor. Negativ. Kein Nachschub mehr. Jawohl. Stammt die Einheitenerstellung. Der Feuer ist nun abgeschlossen. Der Feind hatte diesen Sektor Funkstille verfügt. Feindliche Propaganda schweigt. Der Feind hat diesen Sektor Funkstille verfügt. Alle Tarnungen aufgehoben. Der Feind wird vorher nicht weiterverwendet. Amo wird aufgebaut. Die Einheit ist nun abgeschlossen. Unsere Feststellungen wurden vernichtet. Wird die Gemeldung. Der Feind hält Funkstille in diesem Sektor. Einheit Meldet Verluste, unsere Einheit wurde ausradiert. Einheit Ausrutsch, Verluste gemeldet. Wir haben ein neues Erhalt. Gebäude Errichtung abgeschlossen. Die ausgewiesene Position ein. Gebäude Errichtung abgeschlossen. Jawohl, Tarnungsnetz aktiv. Verschließt die Meldung, Fein hält Fuchs steht in diesem Sektor. Die feinlichen Gebäude in diesem Sektor wurden getraut. Ausg того, die flammer auf die Vachstabschirche und der Begräupte mit Fuchs. Verschließt die Meldung, Fein hält Fuchs steht in diesem Sektor. Begräupte an der Stärkung ist die Schilder. Dein Jay-Joy-Zen ist die Schilder. Begräupte an der Schilder. Begräupte an der Stärkung ist die Schilder merkt. Begräupte an der Schilder. Dein Jay-Joy-Zen ist die Schilder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020